Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe ganz viele süße, kleine Zillophan-Tüten für Gebäck, für Süßigkeiten mit Weihnachtsmotiv. Da kann man eigentlich auch, zum Beispiel, wenn man, manche verschenken ja so eine Wurst zu Weihnachten, die kann man da auch reinmachen. Ja, das ist eigentlich völlig egal, was jeder da reinmachen mag, was man gerade schön findet. Clips sind mit dabei, natürlich schön golden, typisch Weihnachten, alles so goldig, so glänzend, so glitzernd und es sind 100 Stück. Ja, damit kann man wirklich allen und jeden eine große Freude machen und was Hübsches einpacken, ganz stylisch, ganz schick und trotzdem kann man durch die Tüte erkennen, um was es geht. Man muss es nicht unbedingt aufreißen. Es ist darin relativ gut und frisch untergebracht und auch feuchtigkeitsgeschützt. Ich finde es ganz toll. Ich empfehle die sehr gerne weiter. Ich meine, die kosten 100 Stück, 8,99 Euro. Das ist pro Stück 9 Cent, rundgerechnet 9 Cent. Und das ist durchaus eine Empfehlung wert. Diese Tüten, ja, wie soll es anders sein? Ich teile mir die mit meinen Töchtern. Die backen ja auch gerne zu Weihnachten und machen kleine Tütchen fertig. Oder für die Schule, wenn die Enkelkinder was mit in die Schule nehmen für ihre Schulkameraden, da schenken sie manchmal auch so kleine Tütchen mit einer Süßigkeit drin oder so. Was auch immer, alles ist erlaubt, alles ist möglich und ich empfehle die einfach nur zu gerne weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt schön gesund und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss! beseitigt ... ...